Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von... Daisy Standalone Daisy Standalone Alter, wie doll haben wir gebremst? Das ist ja doch die Schule hier Dann brauchen wir da gar nicht rin gucken, das braucht eh nichts Siehste, wir können ja in der Turnhalle alles aufbauen Pistolentaschenlampe? Oh, hab ich ein Glück Alter, siehste, in der Turnhalle So, jetzt müssen wir die Turnhalle erstmal nochmal angucken Ja, komm ich gerne mit Erstmal gucken Kicken, falls die überhaupt einer hat Äh Achso, wow, jetzt werd ich drüber gekriegt War die nicht normalerweise richtig dran? Ja, ich glaub, die hat keiner Vielleicht hier hinten? Doch, hinten Ach da Ja, da ist massig Platz, Alter, wenn hier in das Haus Wenn das geht Oh, ja Guck mal, zwei große Hier Hier Die zwei, die und die anderen so halt wie so eine kleine Stadt Ey, das wär so geil Die ist sogar zu, die ist sogar zu Guck mal, hier in der Mitte bauen wir das Lagerfeuer Echt, die ist zu? Ja, die ist zu, das ist das Geile Die ist auch zu machbar Ja, das ist die Frage, ob man hier eine Wand vorbauen kann Und ist jetzt die Frage, ist das hier eine gute Stadt? Ja gut, wir haben Ja, eine kleine Ja Aber an sich Müsste es ja eigentlich reinzubauen gehen Ich hoffe es Ey, wir müssten eigentlich mal ganz viel Papier Einfach mal nur mitnehmen Ganz viel Papier Und dann herausfinden Äh, ob man vielleicht nicht doch eine Karte basteln kann Hm So, was weiß ich Wenn man 50 Oder ein Stack Papier hat Ich weiß ja nicht Versteh ich sowieso nicht Warum die die Karten rausgenommen haben Die man finden kann Das verstehe ich überhaupt nicht Ja, man konnte mal welche finden, ne? Ja Es war immer nur ein Teil von der Großen Aber wenigstens was Wollte ich kurz sagen Dein Blut? Alles gut? Mein Blut ist gut Hunger? Trinken? Ja Wir müssen jetzt demnächst vielleicht nochmal wieder Eine Wasserstelle finden Ja, ich trinke gerade die ganze Kohle aus Weg damit Weg schon Zuckerkram hier, ey Wenn man nie was von Sodastream gehört So, zack Ne Halt So Taschenlampe rein In die Taschenlampe Batterie rein Taschenlampe zurück Waffe in die Hand Batterie Äh, Taschenlampe drauf Alter Wieso geht die Taschenlampe nicht auf die Pistole? Ist das? Pistole musst du in die Hand nehmen, ne? Ja, ja Ach, du hast bestimmt diese kleine Mini-Pistol von vorhin, ne? Ah, ja Da geht das glaube ich nicht, weil sie glaube ich keinen Unter-Unter-Unterlauf-Steine hat Gut, dann los, dann rein Ich kann nicht Doch jetzt Ja, weil ich so ein Meister drin sitzen muss Tüte zurück Ja, ja, ja Zieht hier Zieht wie Hechtsuppe Ich hoffe nach rechts zu gucken Ich hoffe nach rechts zu gucken Ich hoffe nach links zu gucken Ich hoffe nach oben Ich muss scheiße Ich hoffe nach draußen gucken Guck nach unten Guck auf den Boden, wenn ich mit dir rede Baum, 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 Baum Ein Baum, zwei Baum, drei Baum Macht vier Baum Wehe, du kannst halt schon Minus zählen Ach, vier Gänge Das ist der letzte Gang Ich dachte, es gab fünf Gänge Äh, wir bleiben auf der Straße Ja Ich werde gerne wissen, wie schnell schafft das Auto Gerade, auf gerader Strecke Aber wir finden Doch ganz außen eigentlich dann, ne? Aber Was war das? Hinter uns, Wildschweine Alter, wenn die vor das Auto springen können, Alter Dann raste ich auch wieder rum aus Ja Aber du hast es auch gehört, wenigstens Das ist gut Ja Ich habe jetzt schon Hallos Ja, er auch Gehört Nein, geil, nein Alter, wie Er hat schon richtig krr gemacht, eher Ich gehe dir immer schnell meine Autohauser weg Jetzt bin ich so aufregend, wenn ich jetzt sterbe, Alter Alter, ja Gut Ich weiß nicht Ich bin ja einmal gestorben Ich war fertig Ich hatte alles Brems doch Ich hatte ja alles Aber Ich habe mir das Video nochmal angeguckt Wo ich gestorben bin Ah, scheiße Kommt, Zombie Gut Er ist tot Ja, ja Darum fahre ich immer ganz langsam weiter Warte Warte Noch nicht aussteigen So Ich brauche gar nicht aussteigen Guck du mal nach Autobatterie Oh, ich hatte eine Heckklappe Vorsicht Ich fahre langsam Ich bremse Okay Ich wende schon mal Was ist denn das Rote? Hier ist so ein Batterielader Achso Batterielader haben wir Ja Ah, ich fahre noch nie gerade aus Oh, ich fahre noch mal aussteigen Oh, ich fahre noch mal aussteigen Finden Ja Ach Mann Warum will ich hier Tankstellen? Hier war Co Die ganze Zeit Keine Tankstelle Junge Wie überleben die denn in Russland? Oh Gott Ich gebe kein Gas Ich gebe kein Gas Keine Sorge Wie gesagt Wenn dir das zu schnell ist Kannst du auch gerne sagen Ja Weil unser Inventar ist ja doch schon Gold wert Finde ich auch Ja Ja Keine Sorge Ich versenke das Was ist hier denn, Alter? Ja, das wollte ich auch gerade Containerpark Aussteigen Alter Warte mal auf, dauernd Licht anzumachen Ich muss die Batterie testen Da sind sogar noch ein paar Dings Nix Handschuhe Arbeiterjacke 30, achso Hier zwischen den Container können wir aufbauen, Mensch Ey, die gehen hier alle nicht auf Schade Ich hätte gerne Wirklich Disinfektionsspray Sag mal was ganz Neues Ist so Eine Sprühflatte mit Disinfektions betötet Viren und Bakterien ab Und eliminiert Keime Und unschöne Gerüche Oh Ab aufs Auto damit Cool Ey komm, wir haben was Neues gefunden Das freut mich schon mal sehr Ja Davon haben wir so ein ähnliches Zeug Für Wunden und sowas Zwei Flaschen noch im Zelt gehabt Zwei so schwarzen Flaschen Schade, hab ich nicht gesehen Und nicht drauf geachtet Dass das sagt Ich hab mir das sowieso nicht so ganz angeguckt Alter, guck dir mal die Bremsspur an von hier Seh ich nicht Ne, ab hier Wie in deiner Unterhose Länger kann die ja wohl nicht werden Meine geht ja von vorn bis hinten Und von oben bis unten Schaltet, hä? Mit der denn noch der Wendemechanismus In dem Schlüpper hier eingebaut ist, ne? Boah Erst einmal richtig rum Dann einmal andersrum Dann einmal umgekrempelt Wieder richtig rum Und danach einfach falsch rum Nach zwei Wochen so Hast du Wäsche oben? Nein Nein Einfach immer noch nein Okay Ach komm, scheiß drauf Wir gucken jetzt hier nach Du gehst rechts und ich geh hier links Ich finde es ist auch insgesamt ein schöneres Spielen Ohne, dass man weiß, dass Gegner einen abballern Ja Man hat einfach Es macht mehr Spaß Sonst muss jemand Könnte da einer sein? Na, da müssen wir jetzt einfach vor sich gehen Jetzt einfach so Ready to Carl Gustav Mit F geschrieben Ja Ja Noch eine Wasserflasche Brauchst du noch eine Wasserflasche? Ne, ich hab noch eine Wasserflasche Aber danke, dass du nachfragst Noch ein paar Wascher Können wir vielleicht doch mal einfach ans Auto mal packen Ich glaube, mit dem Auto hab ich Auch Ne, die hab ich wieder rausgenommen Oh, das sieht gerade aus wie so ein Gefängnisklass Das wär cool Oh, jetzt muss ich auch auf die linke Seite Weil ich nur ein Scheißgebäude sah, wo ich rin gucken konnte Oh, wow, ernsthaft? Ja Ich bin oben da An diesen ganz groß Mit diesen Silos drinnen Ah, ich bin ein Stückchen weiter Bei den kleinen Häusern Jetzt schauen Ne, nicht, dass wir in gleiches Haus reingehen Und dann vielleicht noch Zweimal Ey, lass die Türen einfach auf Fertig Ja Einfach komplizierte Line Hä? Ich lass sie eh mal Äh Ich lass sie eh mal auf Nein, nein, nein Nein, nein, das hab ich noch nicht verstanden Oh, oh, oh Null Eskalation Oh, wie geil Von dir hast du eine richtig geile Sicht Auf alles Auf die Stadt Das ist cool Oh, jetzt sind ganz viele Garagen Von uns Von uns Von uns Oh, hier geht's noch raus Ich freu mich jetzt mehr auf Garagen Wie auf alles andere bei dem Spiel Ich will das Auto komplett haben Vorsicht, ich schieße Ah, mein Knie Da war's Das doch, du Ach, du Ver... Nö? Nö? Komm, wir kommen fast Ah, wieder Automatik Oh, jetzt komm ich hinten nicht raus Hauptsache von hinten oder so Komm, Karl Alter, hier ist alles voll Die sind von da ganz hinten gekommen Gut, hast du alle weg, ja? Ja Nein Nicht ganz Ich bin auch hier hinten, ne? Ich bin hier ganz hinten Alter, ich wollte gerade drücken Ich wollte gerade drücken Oh Das wäre jetzt lustig geworden Ja, lustig Alter, ich wollte Das war Alter Kommt noch welche Kommt noch welche Ja Ladehebung Ladehebung Ich komme zu dir Mal gesprintet Ich bin da ganz rechts Ich bin da ganz rechts Bleib an der Wand Gut, gut Ach, jetzt schießt er wieder Wollte ich verarschen? Äh, BTF Benzinkanister Batterie Benzinkanister Ich hätte gerne trotzdem Benzinkanister Generator Oh Das ist gut Hör auf, du schießt Das macht man nicht Man macht sowas nicht Wurde mir immer gesagt Meine Mami hat immer gesagt Nein Aber ich sag dazu Wupp Fruchtalarm Fruchtalarm Heckklappe Heckklappe Ja, nice Dosenöffner Du nimmst den Generator Ich nehm die Heckklappe Oh Gott Ich bin trotzdem so nah am Arsch Ja Das ist Ja, okay Die Batterie nehm ich jetzt mal nicht mit Wir haben jetzt drei Nee, nee, lass mal liegen Oh, ne Heckklappe Für den Ader Äh, warte mal Ich würde gerne erst mal ganz kurz Und was ist das? Ein Wagenzelt Alter, das ist polnöse Das Dorf hier Wie sieht das aus? Das ist wirklich so ein Ding fürs Auto Wie geil Soll ich mal aufbauen? Warte, warte, warte Ja Oh Ja, brauchst du hier aufbauen Brauchst du hier aufbauen? Ich weiß Ich weiß Oh, nice Wie geil Geil, Alter Oh, ich liebe es Ich installiere das Spiel erstmal, ne? Ja Wie geil Oh, herrlich Wow, ich denke mal Didi und Zukunft Die denken sich auch so Hä? Na und? Alter, jetzt können wir so ein geiles Base eigentlich bauen Ja Oh, das ist der Tor Ah, in der Torhalle kommt man nicht rein Auf den Hof direkt Oh Aber Das Dorf hier ist nicht mal so weit weg Hallo Oh, geil Guck mal ganz kurz auf die Serverseite Wir sind alleine, ja Geht ja nicht anders Ich hab grad irgendwie Als wir jetzt, wenn einer noch andere gelabert hätte Warte irgendwie was gehört Ganz kurz Ich hab Hab ich aus Also ich seh's jetzt auch leider nicht Also ich hab Wollen wir mit dem Auto denn herfahren, oder? Ach Quatsch Dann haben wir beide jeweils einen Zeil Und dann ist gut Warte nochmal Da ist noch Der Generator, den wir brauchen Deswegen Ach, den willst du mitnehmen? Ja, klar Für die Base Alter, die haben die Ich bin so fast dabei Traust dich zu fahren, oder? Willst du lieber nicht? Wösser nicht Kann ich auch Ich bin auch letztes Mal Medizinisches Thermoment Manu Ich komm gleich Ach komm, ich schlag dich Oh Okay Geil, Alter Ein Wagenzelt Ich glaub's ja nicht Das ist echt geil Wusste ich auch nicht, dass es so einen Scheiß gibt, ey Nee Also es gibt nur viele Obwohl ich der Meinung bin, dass ich die Tasche schon mal gesehen hab Ja, ne? Als ich mit Dennis da unterwegs war Na, ich glaube, ich auch Strom Ich wollt grad sagen, Stromgenerator Wagenzelt, hä? Oh, ist aber groß, ne? Hast du, willst du Was machst du denn jetzt? Ich hol grad das Auto Achso Nice Noch ein Autokühler Ja, geil Was für geile Stadt Was für geile Stadt Wenn es jetzt hier noch ne Schule gibt Ich zieh hier ein Geil Nervals Wo war ich noch? Du hast grad mal auf Gang 1 gestellt Ja Also war noch immer auf Gang 1 Äh, pass auf, der lenkt teilweise manchmal wirklich komisch Oh, wenn du es jetzt kaputt machst, das Auto Ich beende die Du brauchst Geht doch nur einmal kaputt, Mensch Ja, das ist super Geht so, wenn du es weißt Pro Person, ja Ähm Dahinten ist ein Zombie Dahinten sind wieder Ah, die ganzen Zombie sind wieder gespawnt Ich hoffe, die kommen dir da nicht hinterher Wo bist du denn? Guck mal, ich da Ich muss doch hier einmal rumfahren Ja, vorsichtshalber, ne Nicht über den Chopperweg Ach da Geil Oh, das sieht doch auch cool aus Wenn du mit dem Auto herkommst Ich ström vor Geil Über ein Zombie vom Arm gefahren Erstmal 20 Überschläge Mach aus Ach so, zweimal Genau Tatsache, Scheinwerfer Das ist jetzt schalbe hindert Ach so, du musst halt nach unten gucken Nicht nach oben Oh, mein Arm Oh, geil Komplettes Auto Ja, wir brauchen nur noch einen Reifen Ja Und dann haben wir wirklich Ach, du Scheiße Komplett Ach, du Scheiße Ja, das wird jetzt echt schwierig Alles Ach so, den Kühler ist im Rucksack, ne Ja, hatte ich eigentlich nicht vor Ich bin gespannt Nein Eine Reihe, ne Ne, drei Reihen Drei Reihen Äh, warte mal Quatsch, den Motor Äh, das Motor ist wirklich mal nach oben Ja, genau Ja, genau, genau Mach du mal, weil Wenn da jeder dran rumzieht Dann backt das übelst rum Dann müsste es doch eigentlich passen Ja, das ja Also, ja, wir brauchen den nicht dringend Aber würde ich doch schon toll finden Oh Gott, habe ich denn wenig Ausdauer Ja, das ist es ja Wir können ja auch nichts mehr sortieren Der ist zu groß Das würde die Tonne nicht mehr nehmen können Da passt jetzt alles drin oder nicht? Ja, ich sortiere gerade mal alles nach oben Ich versuche jetzt mal alles Dass wir oben Nahtlos alles haben Ja, ganz im Kleinkram So, jetzt noch die Wasserflasche hoch So, jetzt ist oben wirklich alles nahtlos Zusammen Vielleicht haben wir irgendwie Glück Das sehe ich bei mir noch nicht mal Ich darf da gar nichts umlegen, ey Ne, ne, warte mal Ja Ne 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Das hier rein? Die Batterie So Einen Vorschlag haben wir noch wegschmeißen Brauchst du den? Nö Ne, dann Von meiner Seite aus, okay Aber die Exe Heben wir auf jeden Fall auf die Comments zählt So Dann warte ich sortiere weiter Äh Ich nehme Ach nee Ja, lass mich lieber Oder einer wenigstens nur Ja, jetzt hat sie schon so umgestapelt Wie du es wohl hattest Ich glaube, du musst immer einmal rausgehen Also, keine Ahnung Die Batterie Ich habe da unten noch eine Batterie Alter, jetzt sortieren wir schon im Auto, ey Das kann nur schlechter werden Schlimmer werden Pack mal rein Die Kanister unten links Ganz unten links Achso Reicht Friss da erst mal Pff Na easy Passt doch Ja, ja, klar Das passt rein Aber die Batterie Ich habe jetzt noch eine Batterie Die ich irgendwie wegkriegen muss Ist doch noch um eine drin oder nicht? Ah ne, die hast du raus Ja Naja, könnte immer noch eine drin sein sogar Ich bin leicht überladen Naja, nicht überladen Aber Wäre halt schön Ne, so einfach Wäre halt schön Wäre schön zu überladen So sagen Ja, Lul Ein Kilo der Dosenöffner Jetzt müsste ich ein Ach super, nö Alles gut Alles gut Wir müssten aber eigentlich Jetzt erst mal wieder zurückfahren Zum Zelt, ne Müssten eigentlich Die ganzen Zelte Mal zusammenholen Oh, das dauert Ja Schenkst du kurz ein? Eigentlich müssten wir schon mal Schönen guten Platz dafür finden Bevor wir hier weiter Zeug suchen Ich Ah, die Tür Ja, ja, ja Habe ich vergessen Doch, doch Okay, ging Nur noch eine schöne Stelle finden Wo wir alles aufbauen können Nein, sich wirklich in der Tornhalle Wäre schon cool Ja Ich komme zwar nicht mit dem Auto rein Aber wenn man draußen das Ding Aufbauen können Wird das ja auch gehen Obwohl man das ja eigentlich Nicht braucht Den Unterstand Aber es ist ja cool Aber das Ja Geht ja auch Wenn man reinbauen kann Dann geht das ja auch Das Auto dann draußen Hat auch eine Garage Das wäre so geil So Hast du auch geschalten Oder bist du im ersten Gang gefahren? Ich bin im ersten Bin immer runtergegangen Wenn ich zu hoch war Ja Aber weißt du wie das geht Mit E und Q, ne? Ja, ja Ja Ja, immer wenn ich das Auto abstelle Lass ich im ersten Gang drin Keine Ahnung Musst du da nicht auf neutral stellen? Nö Im Normalfall Im echten Fall Ja, ja Na gut, auch Parking Aber daher Das hier Das hier ist der Gangschaltung Guck mal hier links Ob man hier drauf bauen kann Was meinst du? Ne Das würde ich jetzt auch nicht so toll finden Ich würde schon gerne versteckt haben Nach things Ich bin jetzt auch nicht so toll Ich bin jetzt schon mal ein Ich bin jetzt nicht so toll Bis zum nächsten Mal.